Er steht für Erfolg, aber er steht auch für Misserfolg. Beides hat sich in seinem Leben gemischt. Er war ganz oben und fiel tief. Er stand wieder auf und landete erneut auf dem harten Boden der Realität. Oskar Lafontaine, eine der schillerndsten politischen Figuren der vergangenen 35 Jahre. Er ist ein Politiker, auf den die Leute zugingen als, ach der Oskar, das ist ja auch so ein Vertrauensfeld, ach der Oskar. Also dann, wir sind Saarbrika und spielen Nika. Lafontaine stammt aus Saarlouis. Über die Kommunalpolitik in seiner Heimat arbeitete er sich zum Ministerpräsidenten des Saarlands hoch. Unter ihm feierte die dortige SPD große Erfolge, doch Lafontaine wollte mehr. Er ist ein erfolgreicher Politiker. Mit 32 Jahren wurde er Oberbürgermeister in Saarbrücken. Hier hat er gezeigt, dass er anpacken kann und Probleme löst. Wählen Sie Oskar Lafontaine. Seine Kanzlerkandidatur 1990 scheiterte beinahe. Eine verwirrte Frau verübte ein Attentat auf ihn, dass er knapp überlebte. Lafontaine setzte den Wahlkampf kurz darauf fort, scheiterte an Helmut Kohl, übernahm den SPD-Vorsitz und reihte sich vier Jahre später hinter Gerhard Schröder und Rudolf Scharping in die sogenannte Troika ein. Deutschland soll wieder ordentlich regiert werden. Oskar Lafontaine, ein Finanzminister, der mit dem Bonner Finanzchaos aufräumt. Aber die sogenannte Troika verliert die Wahl. Kanzler bleibt Helmut Kohl. Die SPD erntet Spott. Sag, wo die Troikaner sind, wo sind sie geblieben? Lafontaines Karriere wirkt wie ein ewig währendes Hin und Her. Ein getriebener, rhetorisches Naturtalent, brillanter Vordenker, Genussmensch. Glaubt man Mitstreitern und Gegnern, ist sein Hauptimpuls stets das Ego und die Eitelkeit gewesen. Das Image als Frauenheld, wie wären Sie denn damit fertig? Damit lernt man zu leben. Und manchmal ist es auch etwas lästig. Denn wenn jetzt ein Boulevardplatz in der Nähe wäre, dann würden wieder Fotos geschossen, siehst Lafontaines Neue. Mit einem Paukenschlag verabschiedete sich Lafontaine als Finanzminister aus der Regierung Schröder. Er legte seine Ämter nieder, trat kurz darauf aus der SPD aus, gründete mit Gregor Gysi die Linkspartei und strebte erneut an die Spitze. Sie sind die Gewinner der Wahl. Die Linke wird auf Anhieb drittstärkste Kraft im Landtag. Ein Erfolg, den sie vor allem ihrem Spitzenkandidaten, dem früheren Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine, zu verdanken haben. Doch auch die Linkspartei ist in Lafontaines Biografie längst Geschichte. Und wie es sich für ihn gehörte, er ging im Streit. Er ist jemand, der schwer einzubinden ist, wenn ihm die Linie nicht mehr passt. Und deshalb hat das genauso wenig funktioniert am Schluss, wie es dann irgendwann bei der SPD war. Die dreiteilige Dokumentation Oskar, der linke Rebell, arbeitet sich detailliert, fundiert und analytisch durch die Karriere Lafontaines. Neben ihm kommen ehemalige Weggefährten, Gegner und Freunde zu Wort. Doch eine schlüssige Erklärung, warum dieses wohl größte politische Talent seiner Generation letztlich so wenig aus seinen Möglichkeiten gemacht hat, liefern auch sie nur ansatzweise. Aber ich schließe ab mit einem saarländischen Glück auf.